In der Wirtschaft unterscheidet man drei verschiedene Wirtschaftssektoren. So werden komplexe wirtschaftliche Aktivitäten in überschaubare Kategorien eingeteilt. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Sektoren, den Primär-, Sekundär- und Tertiär-Sektor. Immer häufiger ist auch die Sprache von einem weiteren Sektor, dem Quartier-Sektor. Was es damit auf sich hat und wie ein Wertschöpfungsprozess zwischen den Wirtschaftssektoren aussehen kann, erfährst du in diesem Video. Der Primär-Sektor, auch Urproduktion genannt, umfasst alle Aktivitäten, bei denen natürliche Ressourcen direkt aus der Umwelt genommen werden. Dazu gehören Landwirtschaft, Fischerei, Bergbau, Forstwirtschaft und alle Tätigkeiten, die Rohstoffe gewinnen, ohne diese weiter zu verarbeiten. Er wird deshalb auch Urproduktion genannt, weil er den ersten Schritt der Wertschöpfungskette darstellt und Rohstoffe für die Industrie und Gesellschaft liefert. Im Sekundär-Sektor, auch industrieller Sektor genannt, werden die Rohstoffe aus dem Primär-Sektor in Waren umgewandelt. Dieser Sektor umfasst die Industrie, darunter die Produktion von Maschinen, Fahrzeugen, Textilien und so weiter, sowie auch das Handwerk und das Baugewerbe. Hier werden die aus dem Primär-Sektor gewonnenen Rohstoffe weiter zu einem Endprodukt verarbeitet. Der Tertiär-Sektor, auch Dienstleistungssektor genannt, umfasst alle wirtschaftlichen Aktivitäten, die auf die Erbringung von Dienstleistungen ausgerichtet sind und nicht die unmittelbare Produktion physischer Güter involviert. Dieser Sektor konzentriert sich auf die Bereitstellung von immateriellen Werten wie Fachwissen, Gesundheitsversorgung, Handel, Unterhaltung und andere Dienste. In diesen Berufen passen eine ganze Reihe von Dienstleistungen, darunter der Friseur, Kellner oder der Verkäufer. Immer häufiger spricht man nun jedoch auch von einem vierten Sektor, dem Quartell-Sektor oder auch Informationssektor genannt. Er umfasst einen Teil der Dienstleistungen, nämlich all jene, die aufgrund der hohen Ansprüche als höherwertige Tätigkeit zählen. Darunter sind beispielsweise Wissenschaftler, Berater oder Tutoren. Damit du diese vier Sektoren nun auch wirklich verstehst, habe ich für dich einmal ein Beispiel, das alle vier Sektoren beinhaltet, mitgebracht. Wir beginnen unsere Reise der Wertschöpfungskette auf einem Bauernhof, also im Primärsektor. Hier pflanzt Bauer Jörn Weizen an. Es handelt sich um die Urproduktion, da das Weizen aus der Natur entnommen wird. Der Bauer verkauft sein Weizen dann an eine Mühle. Hier wird das Urprodukt, der Weizen, gemahlen und zu einem Endprodukt Mehl verarbeitet. Wir befinden uns im sekundären Sektor. Hier werden Urprodukte fair oder bearbeitet. Im Anschluss geht das Mehl in den Supermarkt zum Verkauf. Der Supermarkt erleichtert dem Verbraucher beim Einkaufen den Zugang zu Waren und verdient durch diese Dienstleistungen ihr Geld. Nun befinden wir uns im tertären Sektor. Im Quartier-Sektor könnte nun von einer Entwicklerfirma beispielsweise eine App erstellt werden, mit der man Inhaltsstoffe und passende Rezepte für verschiedene Produkte, also auch dem Mehl, mit einem Klick aufrufen kann. Du siehst also, dass sich die genannten Sektoren auch im Alltag anwenden lassen. Doch wie genau können einem die einzelnen Sektoren den Entwicklungsstand eines Landes zeigen? Grundlegend lässt sich sagen, dass je höher der Anteil der Beschäftigten im tertären Sektor ist, desto weiter ist eine Volkswirtschaft entwickelt. Die Drei-Sektoren-Hypothese besagt, dass sich die Wirtschaftssektoren in einem bestimmten Muster entwickeln. In Entwicklungsländern überwiegt häufig der Primärsektor. In Schwellenländern wandelt sich die Beschäftigung hin zum sekundären Sektor und schließlich folgt mit der Tertiarisierung der Schritt zu einem entwickelten Land. Eine solche Veränderung zwischen den Wirtschaftssektoren nennt man Strukturwandel. Auch in Deutschland gab es in der Vergangenheit einen Strukturwandel. Aufgrund einer zunehmenden Technologisierung in der Landwirtschaft ist der Anteil der Beschäftigten im Primärsektor in Deutschland zurückgegangen. Schwere Arbeiten, für die früher viele Menschen gebraucht wurden, konnten nun durch Maschinen ersetzt werden. Durch die Industrialisierung vor rund 150 Jahren wurden die Arbeitsstellen im Primärsektor zunehmend auf das produzierende Gewerbe, den Sekundärsektor, verschoben. Mit zunehmenden Innovationen im sekundären Sektor, wodurch die Arbeiten immer effizienter und kostengünstiger von Maschinen übernommen werden konnten, verschoben sich die Arbeitsplätze jedoch in den tertären Sektor. Du weißt nun, dass man die Wirtschaftsbereiche in drei verschiedene Sektoren einteilen kann. Immer häufiger wird auch von einem weiteren vierten Sektor gesprochen. Man unterscheidet in den Primärsektor die Urproduktion, dem Sekundärsektor den industriellen Sektor, dem tertären Sektor auch Dienstleistungssektor und dem quatern Sektor, der einen Teil des tertären Sektors beinhaltet. Im Laufe der Zeit verändert sich sowohl die Wertschöpfung als auch die Beschäftigung zwischen den Wirtschaftssektoren. Diese Veränderung wird als Strukturwandel bezeichnet. Basierend auf der Drei-Sektoren-Hypothese ist eine Volkswirtschaft mehr entwickelt, je mehr Wertschöpfung im tertären Sektor geschieht. Achso, und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben, dann mache ich noch mehr davon.